jetzt mache ich alles besser ok hallo meine lieben und willkommen zurück zu ich sag mal versuchtsgelände ich weiß gar nicht wo wir da jetzt ich bin hier ein spiel ich rieche doch hier schon Untertitelung des ZDF, 2020 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 «ZDF, 2020 «ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 «ZDF, 2020 «ZDF, 2020 »ZDF, 2020 »ZDF, 2020 Warte, ich hab etwas für dich. Schau doch mal her, was ich habe. Weißt du, wozu das gut ist? Weißt du, was sie damit anstellen will? Sie denkt, das Teil ist etwas Besonderes. Nein, Ethan. Es ist nicht besonders. Das, das genau hier ist besonders. Weißt du, Ethan? Nicht jeder will gerne die Zeit zurückgehen. Was? Was, Evelyn? Ich will es ihm doch nur zeigen. Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war. Zoe ist ein dummes Miststück. Miststück, sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also? Also, Ethan? Ethan? Du kannst, äh, du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus griechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst dauernd noch mal nichts hüten, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Du kommst schon, Ethan. Was sagst du? Hörst du mich? Scheiße! Aber mir geht's gut. Oh, sehr gut. Flintenboden. Stollenboden. Sehr gut. Du hast ein wirklich gutes Auge. Also, wenn das Ding jetzt auch noch fliegt, dann kannst du es. Oh. Oh. Was hast du den Kisten, Ethan? Scheiße, ich muss wohl einen Gang zulegen! Scheiße, das kannst du nicht machen. Scheiße, ich kann mich nicht machen. Das war's. Nicht los. Scheißpasst, Leute, was? Probier doch mal 0814. Nein, 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 nein. 0621. Nein, 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 nein. Es ist 0514. Oh, komm schon. Versuch's mal. Man weiß nie. 0261. Also ich weiß nicht, 0814, 0514. Halt, weg, 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 weg. Okay. Uh, diese war die Miene. Boah, ich würde ganz gerne mal wieder speichern. Jetzt läuft das nämlich gar nicht mal scheiße. Weilernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernerner Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Okay. 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 Ist das gefährlich? Okay. 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 Ich habe heute noch keine Mühle mehr. Oh, oh, oh. Um. Oh. 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 Oh, schade. Oh. 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 Das war's von mir, ich bin raus. Tschüss. P темпер тысяч geilade. Vielen Dank.